Kamera läuft, Kamera läuft. Action! So, weshalb, warum, wieso? Warum ist Adolf Burkhardt zu NP Nutrition gewechselt? Warum ist Viola Burg zu NP Nutrition gewechselt? Das Ganze erkläre ich euch jetzt hier. Mein Name ist Adolf Burkhardt, ich bin 27 Jahre alt und seit 2018 IFBB Pro. Ich bin Viola Burg, 25 Jahre alt, seit 2018 darf ich mich ebenfalls IFBB Pro nennen. Musik Wie viele bereits wahrscheinlich mitbekommen haben, die mich schon alle fleißig auf Instagram, YouTube und Co. verfolgt haben, haben auch mitbekommen, dass seit geraumer Zeit keine aktiven YouTube-Videos mehr zustande gekommen sind. Das Ganze hat folgenden Background. Adolf Burkhardt und Viola Burg haben sich dazu entschlossen, weniger YouTube zu machen. Keine Sorge. Es gibt uns noch auf anderen diversen Plattformen zu sehen. Aber worauf ich hinaus möchte, der Wechsel zu NP Nutrition ist passiert, weil wir einfach mit dem ganzen Konzept der Firma sehr, sehr, sehr gut funktionieren können. Und der Fokus der Firma liegt auf dem Bodybuilding-Sport. Ich als leidenschaftlicher Bodybuilder bin natürlich immer darum bemüht, mein Bestes abzuliefern und mit den Besten zu arbeiten. Das mag für den einen oder anderen vielleicht eine traurige Neuigkeit sein, für uns aber eine Erleichterung, um diesen Sport zu leben, um unsere sportlichen Ziele erfolgreich erfüllen zu können. Thema Wettkämpfe und Co. Viele fragen sich da draußen wahrscheinlich und hoffentlich mit voller Spannung und Begeisterung. Was hat Adolf Burkhardt und was hat Viola Burg eigentlich vor? Was haben wir vor? Na ja, Ziel ist erstmal Olympia Quali. Ich hatte Portugal angepeilt. Ich bin mal gespannt. Natürlich ist die Form ausschlaggebend, welcher Wettkampf es dann der erste sein wird. Aber wir befinden uns auf Kurs. Die ersten sieben Wochen der Wettkampfvorbereitung sind hinter uns. Die nächsten sieben liegen noch vor uns, nachdem ihr dieses Video gesehen habt. Mein erster Wettkampf findet in Portugal am 18.07. statt und da freue ich mich schon drauf, weil ich schon seit drei Jahren nicht mehr auf der Wettkampfbühne war und endlich mal gespannt bin, wie das Ganze aussieht und was sich so über die Jahre entwickelt hat. Ziel ist natürlich, wie Viola schon gesagt hat, gemeinsam mit euch endlich zwei deutsche Athleten auf der Olympiabühne zu sehen, um bei der prestigereichsten, trächtigsten Show im Bodybuilding-Business Fuß fassen zu können. Und das Beste ist, NP Nutrition hat noch einen Haufen anderer atemberaubender Athleten, die den Weg ganz nach oben mitgehen werden. Und das ist natürlich cool, wenn man ein starkes Team hat. Auch Freunde sind mit dabei. Des Weiteren finden wir die Produkte von Boalem, Bio Krausehof und NP Nutrition einwandfrei. Viola und ich, wir haben ein bisschen tiefer in das ganze Geschehen der Produktion und der Produkte mit hineinschauen dürfen. Und wir beide sind sehr davon überzeugt, was die Jungs da treiben. Die ganzen Sachen sind made in Germany. Darauf kommt es an. Qualität wird groß geschrieben in der Firma. Und ich habe lange genug gequatscht. Ich übergebe das imaginäre Mikrofon an die nette Viola und sie würde ich auch noch ein, zwei Sachen erläutern zu der Firma NP Nutrition. So, wie Adam schon erwähnt hatte, war der ausschlaggebende Punkt für unseren Wechsel. Natürlich auf der einen Seite diese gewisse Sicherheit, dass wir uns voll und ganz aufs Bodybuilding konzentrieren können. Bodybuilding! Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist unser Ziel wirklich für dieses Jahr Olympia Quali. Und wir sind uns sicher, dass wir mit NP Nutrition den richtigen Partner an unserer Seite haben. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht zu lange. Wir blenden noch unsere Instagram-Accounts ein und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf diesem Weg begleitet. Vielleicht nicht mehr allzu oft auf YouTube, aber umso öfter auf Instagram, auf ihrem Channel, auf Instagram, auf meinem Channel. Ihr seid alle herzlich willkommen und eingeladen, uns zu supporten. Supporten mit Likes, mit Nachrichten. Natürlich haben wir einen Gutscheincode für euch. Mein Gutscheincode, wie man es nicht anders kennt, ist auch wie früher schon der Code ADOLPH10. Hierbei bekommt ihr 10% auf alle Bio Krausehof-Produkte und Produkte von NP Nutrition. So wie alles, was wir sonst im Sortiment haben, unterstützt mich und natürlich Viola gleich mit. Viola hat natürlich auch einen eigenen Produktcode. Da bin ich auch ganz stolz drauf, dass sie auch jetzt selber Fuß fassen kann in einer Firma. Und ich hoffe, ihr nehmt das Ganze an. Denn geben und nehmen, ihr unterstützt uns. Wir geben euch einen Rabatt. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ohne Unterstützung können wir solche Projekte einfach nicht realisieren. Und wie lautet denn dein Code? Mich unterstützt ihr mit dem Code WIO10. WIO10. Bei PowerStage im Shop auf alle Produkte. 10% und in diesem Sinne Special. Es erwartet euch ein Special genauso wie mich heute. Ich bin selber ganz aufgeregt und zwar konnte ich natürlich in der Kürze der Zeit jetzt noch nicht die Produkte von Bio Krausehof oder von NP Nutrition testen. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich habe die mir nur angeschaut und habe mir natürlich auch ein Paket zusammengestellt. NP war so cool und hat noch ein paar Goodies mit beigelegt. Vielen Dank dafür. Und wir haben das Ganze hier mal so aufgereiht, damit ihr mal seht, was ich eigentlich so bestellt habe. Ich habe jetzt nicht Produkte bestellt, die ich nicht kenne. Ein paar sind dabei, wo neu sind. Aber im Großen und Ganzen benutze ich diese Produkte eigentlich auch schon länger. Was ich cool finde, ist hier auf jeden Fall die Zusammensetzung einiger Produkte und vor allem Glasflaschen und Dunkelglasflaschen. Genauso gehören eigentlich Supplements gelagert. Das ist nur ein kleines Benefit. So und wie gesagt, heute machen wir das Unboxing gemeinsam. Ich selber habe auch nur ganz kurz reingeschaut. Viola ist mir jetzt behilflich. Wir graben hier mal ein bisschen rum und wir fangen einfach mal damit an. EAAs habe ich bestellt. Davon geht ziemlich weg zurzeit in der Wettkampfvorbereitung. Ziemlich viel. Muss ich nicht viel zu erklären. Essentielle Aminosäuren. Viola benutzt auch so ziemlich die gleichen Produkte wie ich. Dann haben wir hier Kreatin. Für jeden ein geläufiger Produkt in der Szene. Pack du mal was aus. Ganz wichtig. Sei es vor, nach oder im Training. Man merkt, Viola ist auf Diät. Sie hat gleich die Kohlenhydrate rausgezogen. Fehlt ihr Energie? Fehlt ihr Energie? Dann zeige ich dir, mit was wir Energie kriegen. Und zwar mit dem... Nicht mit dem Future. Das ist ein reiner Pumpbuster. Aber mit Doom. Der Doom sorgt für ordentlich Fokus und Energie im Training. Jeder, der mich kennt, der weiß, man kann nie genug Energie haben. So, dann haben wir hier noch einen traumhaften Shaker bekommen. Wie gesagt, wir machen nur ein kleines Unboxing hier. Ah, schau mal. Das ist dieser Wave Shaker, den ich wollte. Das finde ich ganz geil. Davon habe ich auch ein paar zu Hause. Da könnt ihr eure Pillen unten rein machen. Und hier sogar für die Pillen. Ein Unterteiler. Ja, das ist cool. Gell? So. Okay. Schaut mal hier in die Box. Die ist schon ziemlich leer. Und wir haben hier noch Arginin für den Pump. BCAAs für den Muskelschutz. Beta-Alanin, damit es auch schön kribbelt. Muss man nicht viel zu sagen. L-Citrullin und Glutamin. Für die Produkte habe ich mich jetzt erstmal entschieden. Werde mich so ein bisschen durchprobieren und euch auf dem Laufenden halten. Hierzu könnt ihr mir oder Viola gerne auf Instagram folgen. Ihr wisst Bescheid. Da werden wir euch noch mehr von den Produkten berichten in Zukunft. Und auch unsere Empfehlungen abgeben, was Geschmäcker und Co. angeht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir packen uns zusammen. Machen uns auf die Socken. Und wünschen euch einen wunderbaren restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.